Hallo zusammen, leider hat das ganze Team vom FCSEO gestern Bescheid bekommen, dass wir alle für 10 Tage in der Kornitänne müssen. Das ist sicher nicht einfach, aber wir müssen jetzt einhalten und einfach zuhause bleiben, weil die Gesundheit geht vor. Ich zeige jetzt, was ich mache, wenn ich morgen aufstehe. Ich nehme eigentlich immer so Scheichs, dass ich recht wach und fit bin von Herbalife. Und das ist mein Anblick, wenn ich morgen erwachen kann. Das ist nicht irgendwie für das Bluff oder so mit den Tricks. Das ist einfach für meine Motivation und einfach die Ziele, die ich erreichen will, in der Zettel. Darunter, was da ist, das sind verschiedene Ziele, die ich erreichen will, wie ich das erreichen kann. Und ja, normalerweise gehe ich jetzt auf den Zug fährt ins Training, aber auch weil wir in der Quarantäne sein, kann ich das jetzt nicht machen. Jetzt müssen wir einfach kreativ sein, zuhause, was man machen könnte, um fit zu bleiben. Am Frühstück spiele ich jetzt ein bisschen PS4, also FIFA, mit meinen Kollegen. Das sind halt die Sachen, die man zwischendurch aber nicht so viel machen kann. Und darum möchte ich jetzt auch ein bisschen profitieren von dem. Einmal ein bisschen etwas anderes. Und nachdem können wir sicher Trainingseinheiten, die wir hier zuhause machen werden. So, ich habe jetzt circa gesehen, was ich in diesen Tagen mache. Im Quarantäne kann man natürlich nicht gerade so viel machen, darum habe ich ja nicht gerade so viel filmen können. Und bleibst gesund, heben keine Sorge. Wir sehen, ich bin hoffentlich bald im Turbio. Ob sie ja. Bis zum nächsten Mal. Shehurt PROBERETEI